Ja, sehr gut, das machst du dann gleich auch. Nur ein bisschen schneller, es ist über falsche GPM-Zahlen. Ich höre die Labien klatschen. Ich höre die Ovarien schaukeln. Der Körper des Fettschens ist ein Tempel, der verfällt. Ich höre die Ovarien verdreißen. Ich höre die Ovarien blubsen. Der Körper des Fettschens ist ein Tempel, der verfällt. Ich höre die Ovarien verdreißen. Ich höre die Ovarien verdreißen. Ich rieche die Ovarien verdreißen. Der Körper des Fettschens ist ein Tempel, der verfällt. Schwingt wieder Blumen, die schönste aus der Welt. Der Körper des Fettschens ist ein Tempel, der verfällt. Schwingt wieder Blumen, die schönste aus der Welt. Ich höre die Ovarien verdreißen. Ich höre die Ovarien verdreißen. Vielen Dank.